Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia. Willkommen auf unserer Seite zurück zum Wort. Halleluja. Ich möchte die Gemeinde in Deutschland heute ermutigen, wie Joshua Maschia es auch bei mir getan hat. Und das möchte ich also mit der Gemeinde teilen. Amen. Bevor ich das mal mitteile, will ich also kurz beten und Joshua Maschia danken. Herr, danke für diesen Moment. Danke für dein Wort. Danke für alles, was du in unserem Leben tust, Joshua. Du bist so ein wunderbarer Elohim, ein wunderbarer Gott. Ich preise deinen Namen. Ich erhebe deinen Namen, Joshua Maschia. Danke. Amen. So, bevor ich auch weiter das Wort gebe, möchte ich noch was zufügen. Auf dieser Seite zurück zum Wort. Wir konzentrieren uns auf Joshua Maschia, sein Wort. Wir tun alles mit Joshua Gnade, biblisch zu bleiben. Das Wort aus der Bibel weiterzugeben. Nicht unsere Gefühle, nicht unsere Meinungen, nicht unsere, keine Ahnung, wir fokussieren nicht auf einen Mensch. Wir folgen keinen Menschen. Nein, Joshua Maschia. Wir wollen uns nur auf Jesus Christus, Joshua Maschia fokussieren. Alleluja. So, wir hatten gestern ein Treffen. Haben wir zusammen gebetet mit der Gruppe hier. Und während des Gebetes kam etwas, und das möchte ich gerne mit der ganzen Gemeinde teilen. Ihr wisst schon, dass wir alle, die sich als Christ bezeichnen und die Joshua Maschia folgen, sind in der Gemeinde Jesu Christi. Halleluja. Also, wir hatten uns in unserer Gruppe da getroffen und also gebetet. Wir haben zusammen gebetet. Und da kam so ein Gebetsanliegen, dass wir Joshua danken sollten, also unser Gott danken sollten, dass wir hier in Deutschland diese Gnade haben, das Wort zu predigen, diese Freiheit, das Wort weiter zu verkündigen und weiter zu predigen. Weil in anderen Ländern, das ist schwierig, in bestimmten Ländern, also rauszugehen, mit den Leuten das Wort teilen oder Flyers geben, Trakten weitergeben. Einfach diese Freiheit, die wir hier in Deutschland haben, das Wort zu predigen. Dafür haben wir unser Herr bedankt und das sollen wir auch alle tun. Halleluja. Und während des Gebet, also kam nochmal, direkt danach, direkt nachdem wir unser Herr dafür gedankt hatten, Halleluja, das ist so schön, das ist so wunderbar, dass wir diese Freiheit haben, kam noch ein zweites Gebetsanliegen, dass wir trotz dieser ganzen Freiheit, sollten wir normalerweise so mehr tun. Sollten wir noch mehr rausgehen, die Leute noch das Wort weitergeben, noch mehr für das Reich des Herrn, also hier in Deutschland tun. Aber das ist leider nicht der Fall. Und dafür haben wir auch Buße getan. Herr, bitte vergib uns, dass wir wirklich wenig tun. Trotz dieser Gnade, trotz dieser schönen Freiheit, die wir hier in Deutschland haben, trotz dieser ganzen, also diese Möglichkeiten, die wir hier haben, wir, es wird wirklich wenig getan. Wir machen wirklich ganz wenig. Herr, bitte vergib uns, vergib uns, Joshua Maschia. Und so sind wir in Buße gegangen, wir haben gebetet und Herr, bitte, bitte, bitte vergib uns. Und dann blödlich während des Gebetes, also kam die Frage, liebe Geschwister, haben wir uns, jede einzelne von uns überhaupt, die Frage gestellt, wieso, warum tun wir nicht mehr, wieso machen wir nicht mehr, als was das Wort des Herrn von uns verlangt. Wieso machen wir nicht mehr, was diese Freiheit, diese Gnade, die wir hier in Deutschland haben, wieso machen wir nicht mehr. Diese Freiheit gibt uns also mehr Möglichkeiten, aber es wird nicht viel getan. Wieso? Was ist das Problem? Was hindert uns einfach nicht weiter, das Wort zu verkündigen, trotz dieser schönen Freiheit, die wir hier in Deutschland haben, trotz dieser Gnade von den Herren, also die uns diese Gnade gegeben hat, also trotz des Ganzen, wieso kämen wir nicht, wieso tun wir das nicht. Und dann war plötzlich Stille. Jeder sollte in sich gehen und sich die Frage stellen, warum, wieso, wieso mache ich nicht, wieso nutze ich, also, wieso nutze ich überhaupt nicht diese Freiheit aus? Es wird nicht so ausgenutzt. Wieso, was ist los? Was hindert mich überhaupt, diese schöne Freiheit und Gnade des Herrn auszunutzen? Statt das auszunutzen, will einfach diese Gnade, also, wie sagt man das, vernachlässigt. Es war still, ganz still. Und dann haben wir, einer hat zum Beispiel gesagt, ich kann, ich weiß warum. Der andere sagt, ich weiß auch warum. Ich habe also meine Gründe. Jeder von uns hatte bestimmte Gründe. Und es war wirklich schön, zu hören, also, wie der Herr uns einfach diese Frage stellte. Was ist los? Wieso nützt ihr nicht also diese Freiheit? Diese Gnade? Was ist los? Und Joshua, Mashiach, stellt die Frage an die Gemeinde hier in Deutschland. Alle Geschwister, alle hier in Deutschland, da steht die Frage, was ist los? Wieso nützen wir nicht, wieso nützt ihr nicht diese schöne Gnade aus? Wir rennen schnell, also, in andere Länder. Wir gehen also irgendwo hin, an das, wo wir das Wort predigen. Aber da, wo wir leben, wird ganz wenig getan. Einer sagte, ich weiß warum. Das ist die Liebe der Welt. Wir sind zu, auf unsere Aktivitäten fokussiert. Der andere sagte noch, ich weiß warum. Aber das ist zu persönlich. Und dann sagte der andere noch, wirklich, da muss man schon zugeben, ich fühle mich müde. Keine Motivation, nicht mehr motiviert. Die Motivation ist nicht mehr da. Liebe Geschwister, ich war da. Und ich kenne mich, jede von uns, wir kennen uns alle. Was ist los? Was hindert uns? Was stoppt uns? Wieso geht wir nicht also vorwärts mit dem Herrn? Nach dem Gebet habe ich weiter, weiter, weiter recherchiert. Ich war da und sagte, Herr, was ist los? Was ist los mit uns? Ja, das ist schön. Alle diese Gründe, die ich also gehört habe. Und nun, Herr, was sagst du? Was sagst du? In dem Wort, also Joshua, Maschia, in der Bibel, gehen wir mal in Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Lesen wir zuerst, also nicht am Anfang, lesen wir nur zuerst Vers 3. Ich mache das ein bisschen größer. Vers 3. Halleluja. Vers 3 sagt, ohne dass wir da so am Anfang lesen, guck mal. Vers 3 sagt, achtet doch auf ihn, der solche Widerspruch von den Sünden gegen sich erdudelt hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also hier bin ich im Schlachter. Ich lese auch weiter, also direkt daneben, Elberfelder, Kapitel, also Hebräer 12, Vers 3. Hier steht, also in Elberfelder, Denn betrachtet denn, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Als ich das gesehen hatte, als ich das gelesen hatte, hatte ich also sofort verstanden, was die Geschwister auch von müde meinten. Einige sagten, ja, ich fühle mich da so müde, ich fühle mich da so nicht mehr motiviert, die Kraft fehlt und, 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 und. Und ich sagte, ja, das stimmt. Und in diesem Vers, als ich das gelesen hatte, bleiben wir nur also in Elberfelder. Ja, ich nehme mal also Schlachter weg. Bleiben wir nur also in Elberfelder. Vers, nochmal, Hebräer 12, Vers 3. Hebräer 12, Vers 3. Den betrachtet denn, der so großen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also für jemanden wie ich, also der, ja, gerne Wörterbücher sucht und so, Wörter verstehen möchte. Also ich habe, ich suche mal also ermattet. Was bedeutet überhaupt ermattet? Weil hier steht, in eurer Seele ermattet. Gehen wir also in Google und da tippen wir also, was bedeutet ermattet. Ermatten bedeutet schlapp, matt werden, Kraft verlieren, bei etwas an Kraft verlieren, an Glanz verlieren, stumpf werden. Also das heißt, schlapp, müde. Also zurück zu diesem Vers. Die Bibel sagt hier, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das heißt, unsere Seele kann auch müde werden. Verliert den Mut, die Kraft vorwärts zu gehen. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, ja, was ist, ja, ich finde diese Verse hier, diesen Begriff hier, sind wir müde geworden? Was ist passiert? Aber dann muss man also ganz am Anfang von diesem Kapitel auch gehen. Gehen wir direkt also am Anfang von dem Kapitel. Hebräer 12, Abvers 1. Das fängt als, deshalb, wenn ihr deshalb seht, das bedeutet, es gab etwas davor und deshalb, also kommt das als Begründung. Oder als, es geht weiter. Deshalb lasst uns nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfang und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Und dann kommt dieser Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also, wir sollen auf Joshua schauen. Liebe Geschwister, wenn man also diese Verse liest, ohne Hebräer Kapitel 11 zu verstehen, kann man das also nicht verstehen. Hebräer 11 spricht also von der Glaube. In Hebräer 11 bekommen wir also die Definition, die Bedeutung der Glauben. Was bedeutet Glaube? Wenn man also diese Frage stellt, dann geht man direkt in Hebräer. Und das ganze Kapitel gibt uns also Beispiele von Menschen, die mit dem Herrn gegangen sind, von Menschen, die durch so viele Probleme, Schwierigkeiten durchgegangen sind. Und, 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 und. So viele Menschen in Hebräer 11 erfahren, wie sie durch Glauben weiter mit dem Herrn gegangen sind und nicht ermüdet und in ihren Seelen ermattet wurden. Halleluja. Deswegen, deswegen fängt also dieser Kapitel 12 so an. Deshalb lasst, lasst nun auch uns da wie eine so große Wolke. Diese Wolke von Zeugen sind einfach alle diese Menschen, die durch Glauben, die durch, also den Glauben, die in den Glauben festgeblieben sind, weiter mit dem Herrn gegangen sind. Halleluja. Diese Wolke sind diese Menschen. Diese Wolke sind diese Zeugen. Diesen Begriff, also Zeugen, kann man auch sagen, es sind, auf Griechisch Zeugen bedeutet es Märtyrer. Märtyrer sind also Leute, die, wie sagt man das, die sind also, die haben, das sind Leute, die durch ihren Tod bewiesen haben, dass sie den Glauben behaltet haben. Die sind also durch Schmerzen, durch harte Sachen, durch harte, die hatten so ein hartes Leben gehabt, aber die haben den Glauben nicht verloren. Und dann stellt man sich die Frage, warum wird man ermüdet? Wieso ist man ermattet in seiner Seele? Weil der Glaube, der Glaube klein geworden ist. Deswegen hat Joshua, unser Herr, gesagt, wenn er, wenn der Sohn des Herrn kommen wird, wird er noch Glaube auf der Erde finden? Wenn wir in unser Glaube, wenn unser Glaube runter geht, dann werden wir müde. Wir haben nicht, es heißt nicht, dass wir den Herrn vergessen haben. Wir wissen, dass unser Herr mächtig ist. Wir wissen, dass er so große Sachen tun kann. Aber wir sind müde geworden. Denn Mut verliert. Och, aber Hebräer 12 sagt hier, Da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Wir müssen diese Sünde, diese kleinen Sünde, die Sünde, die uns also umstricken, die kommen so langsam, die sind so, wie sagt man das, ah, fehlt mir also der Begriff. Aber die sind so leicht. Man vernalistigt also diese Art von Sünde. Aber die kommen, festen uns und machen uns also müde. Und deswegen steht also hier, wir müssen mit Ausdauer laufen, niemals aufgeben, weil wir in einem Wettkampf, Wettlauf sind. Halleluja. Das ist wie ein Arena, wie ein Stadium. Wir haben so viele Zeugen. Diese Wolke von Zeugen, das ist wie ein Stadium, wir sind da drin, wie ein Wettkampf, wir laufen. Und alle, die dieser Glaube schon durchgegangen sind, die in den Glauben festgeblieben sind, die sind unsere Zuschauer. Und sagen, geh, geh weiter. Ich habe das auch geschafft. Du schaffst das. Halleluja. Indem wir hinschauen auf Jesus. Halleluja. Halleluja. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Als ich das nochmal gelesen hatte, ich war, Herr, jetzt verstehe ich warum. Warum? Diese Müdigkeit. Wieso? Dieser verlorene Mut. Solange wir nicht auf dich schauen, solange wir nicht auf dich schauen, geht unser Glauben runter. Halleluja. Halleluja. Liebe Geschwister, es öffnet nur die Augen. Weil die Bibel sagt hier, wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. er bringt also unser Glauben zu einer, er macht unser Glauben vollkommen. nur Joshua marschieren, nur wenn wir auf Joshua schauen, nicht auf unsere Schwierigkeiten, nicht auf unsere Probleme, nicht auf unsere Umgebung, nicht nach links oder nach rechts, nur auf Joshua schauen. der um der vor ihm liegenden Freude, willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Halleluja. Vers 3, denn betrachtet den, also Joshua marschiert, der so große Widerspruch, er ist auch da durchgegangen, Widerspruch, gegen Wind, gegenwand, also die Leute sind da so gegen ihn gegangen. Es war hart, genau was wir heute erleben. Und er ist nicht müde, geworden. Er hat erduldet. Er ist weiter nicht aufgegeben. Und viele, wenn man also Hebräer, ich sage euch also geht und liest nochmal Hebräer 11 komplett. Die Bibel sagt, könnt ihr das also mal kurz lesen, also ganz am Ende von Hebräer 11, ganz am Ende, ich lese mal kurz, also, hier steht also ab Vers, ich glaube als Vers, sagen wir, Vers 31, 31, Duschglauben, kam Harab, nenne ich da, Ah, genau, Vers 32, und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte, von Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreich bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen, der Löwen, Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwahrheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der Fremden Heere zurücktrieben. Vers 35, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu durch Fessen und Gefängnis. Sie wurden gesteinig zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schapfelsen, in Ziegenfällen, Mangel leidet, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und der Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Ah, liebe Geschwister, liebe Geschwister, so eine Wolke von Zeugen. Das ist also, was die Bibel uns sagt. Und dann komme ich zurück, also zu unserem Gespräch, also mit den Geschwistern. diese Leute, die haben so gelitten, so gelitten. Und wir haben die Freiheit, wir haben diese Gnade, das Wort des Herrn weiter zu verkündigen. Und wir tun das nicht, weil wir müde geworden sind, den Glauben verliert haben. Und da bekomme ich also nochmal die Lösung. Solange wir nicht die Zeit mit dem Herrn verbringen, solange wir nicht auf Joshua, Maschia schauen, werden wir den Mut verlieren. Werden wir in unserer Seele müde werden. weil die Bibel sagt, das Wort des Herrn sagt, Joshua, Maschia, wir sollen auf Joshua schauen. Er allein, er allein ist der, er bringt also unser Glauben, er macht unser Glauben stark. Die Bibel sagt hier, er ist der Anfänger. Was steht hier? Urheber, Führer, einer, der in eine Sache, der den ersten Schritt tut und anderen vorangeht. Also, er ist der Anfänger. Er fängt damit an. Der Antreiber, unser Glauben, und auch der Vollender, unser Glauben. Es fängt mit ihm an, es endet mit ihm an. Deswegen nennt, die Bibel nennt ihn Alpha und Omega. Halleluja. Halleluja. Joshua, Maschia, wenn wir nur mit ihm bleiben, wenn wir nur auf ihn schauen, wenn wir nur Joshua, Maschia suchen, durch Gebet die Zeit mit ihm verbringen, die Zeit im Gebet, die Zeit im Wort. Nur mit Joshua, Maschia. Wir schauen auf Joshua. Er ist der Vollender, also unser Glauben, der Anfänger unserer Glauben. Und gleichzeitig ablegen, die leicht umstrittende Sünde ablegen, unbedingt und mit Ausdauer weiterlaufen, liebe Geschwister. Niemals aufgeben. Gib nicht auf. Gib einfach nicht auf. Du magst dich gerade müde fühlen, du fühlst dich müde, du hast das Gefühl, du hast keine Kraft. Nein, Joshua ist da. Schaut auf ihn. Er ist der Einzige, der uns so Kraft gibt. Schaut auf Joshua, Maschia. Und deswegen sagen wir auf dieser Seite. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, Maschia. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua, Maschia. Tut Buße, ob du in der Sünde gefallen bist. Tut Buße, die Bibel sagt also, wenn du deine Sünde bekennst, er ist treu und gut uns zu vergeben. Joshua wird dich also vergeben. Wenn du das tief von Herzen mit Ehrlichkeit und du bist so ehrlich und du willst wirklich rauskommen, tut einfach Buße und sag Herr, vergib mir, vergib mir, dass ich so in der Glaube gefallen bin, dass ich so dein Wort vernahllässigt habe. Bitte Herr, vergib mir. Und Joshua Maschia ist so gut, er vergibt uns und schenkt uns die Kraft weiter mit ihm zu gehen. Halleluja. Halleluja. Wir haben was hier in Deutschland zu tun. Wir leben in Deutschland. Wir leben hier. Das Wort sollen wir noch weiter predigen, weiter geben, auf die Straßen gehen, die Leute begegnen, überall wohin wir gehen, wenn die Möglichkeit besteht, von Joshua zu erzählen und weiter und weiter und weiter, weil unser Herr kommt. Und er hat uns gesagt, geht, geht und verkündet das Wort, verkündet also die gute Nachricht, das Evangelium. Warum wollen wir das so für uns behalten? Liebe Geschwister, Joshua, komm und ich möchte uns alle, alle, alle ermutigen, dass wir aufstehen, dass wir nicht ermüdet bleiben, dass wir aufstehen, dass wir weiter für Joshua bleiben, dass wir weiter für Joshua das Wort verkündigen. Halleluja. Joshua, komm, Joshua ist da, er ist unser Herr, er ist unser Elohim, unser Gott. Ich danke mein Herrn für dieses Wort, danke Joshua Maschia. Niemals aufgeben, niemals aufgeben und weiter mit dem Herrn, weiter, Joshua ist da, seine Kraft ist da, seine Gnade ist da, er ist da, niemals aufgeben, egal was in deinem Leben passiert, egal was die Leute sagen, egal was passiert, egal wie schwer du dich fühlst, schaut auf Joshua, er gibt die Kraft vorwärts zu gehen, steh auf, stehen wir alle auf für Joshua Maschia, Halleluja, unser Herr und unser Gott, danke mein Herr, ich danke dir Joshua Maschia, Amen.